Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Garnet TV, alles über Aquaristik. Mein Name ist Lukas Müller, heute geht es weiter mit der großen Aquarienanlage. Heute werden wir die Aquarien verlieren und uns um die Beleuchtung kümmern. Alles und mehr nach dem Intro. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachten und heute möchte ich mir natürlich auch wieder ein Weihnachtsgeschenk machen. Nämlich möchte ich endlich meine Aquarienanlage weiterbauen. So können die Aquarien nicht bleiben, wir müssen eine Rückwandfolie anbringen. Die habe ich schon besorgt, die habe ich tatsächlich auf Maß zuschneiden lassen. Heißt, ich habe hier wirklich schwarze Rückwandfolie genommen und für die Seiten dementsprechend auch, weil wir wollen das natürlich schwarz verdeckt haben. Für die Beleuchtung ist heute auch ein schönes Paket bekommen, ein Monsterpaket. Ein ganz großes Danke, werde ich am Ende nochmal sagen, wenig, dass ich alles zu verdanken habe. Und ja, wir fangen einfach mal an. Ich werde mal versuchen, das erste Aquarien zu folieren. So sehen die ganzen Folien aus. So habe ich mir das jetzt vorgestellt. Natürlich hinten an die Rückwand. Ich werde jetzt aber trotzdem die Seite hier folieren, weil das eine gute Arbeitshöhe ist. Und dann werde ich einfach die Aquarien umdrehen. Vor allem habe ich jetzt aber auch keine Lust, die Aquarien hier nochmal gerade rauszuheben und dann wieder reinzuheben. Die sind nämlich extremst schwer. Ich glaube, über 60 Kilo wiegt hier eins. Und das sollte man auf jeden Fall, glaube ich, mache ich zu zweit auch vor allem, weil ich dann auch die anderen hochmachen muss. Ich muss mich erstmal kurz auch selbst zurechtfinden. Wie gesagt, ich habe die alle auf Maß zuschneiden lassen. War für mich auch wieder so ein Riesenthema. Fahre ich im Baumarkt, hole ich da Rollen, schneide es selber zu. Da wusste ich einfach nur, wie viel Arbeit es letztes Mal war, bei den anderen 20 Aquarien, die alle zuzuschneiden. Dann habe ich mich verschnitten. Dann musste man genau messen. Dann hat das nicht richtig gehalten. War irgendwie ein bisschen blöd. Deswegen habe ich mir jetzt ein bisschen gesagt, ich nehme jetzt mal ein bisschen mehr Geld in die Hand, lasse das Ganze zuschneiden. Ich habe tatsächlich aber mit dieser Folie hier noch keine Erfahrung gemacht und bin jetzt mal gespannt, ob ich das überhaupt hinbekomme auf so einer großen Seite. Am besten wäre natürlich, wenn man das Aquarium auch so hinstellen könnte, also nehmen könnte und so hinstellen würde. Hier fehlt jetzt aber einfach auch der Platz. Deswegen werde ich jetzt versuchen, das Ganze so anzubringen. Unter anderem, da sind sogar klebende Folien. Bedeutet, das klebt am Ende richtig, richtig fest. Und am besten nimmt man einfach sich Glasreiniger und besprüht das Ganze schön ordentlich. Also auch echt nicht zu wenig nehmen. Das hat nämlich den Vorteil, weil diese Folie ja klebt, dass ich die hin und her rutschen lassen kann, ohne dass es jetzt direkt so festbappt. So, ihr seht, ich nehme richtig viel. Ich merke gerade, wäre eigentlich eine bessere Aufgabe zu zweit, um das Ganze jetzt da aufzukleben. Bin mal gespannt. Wahrscheinlich muss dieses Aquarium noch ganz unten, weil das das erste Vorführ-Aquarium ist. Normalerweise könnte man die ganze Folie abziehen. Und ich glaube, das werde ich auch machen. Das heißt, ich werde das hier mal rankleben. In der Hoffnung, ziehe das Ganze mal ab. Ich merke ja gerade, dass ich elektrisch geladen bin dadurch. Ich merke voll, dass meine Haare da angezogen werden. So 1,50er-Dinger sind schon sehr, sehr, sehr lang. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich das da als ohne irgendwas gelöst bekomme. So, der Vorteil jetzt dadurch, dass jetzt hier überall was drauf ist, ist einfach, ja, dass wir das Ganze jetzt noch so hin- und herrutschen lassen können. Und das jetzt noch nicht so festklebt, sondern wir jetzt noch komplett flexibel sind, was die Ausrichtung und so weiter angeht. Wir können das nämlich ganz einfach wieder abziehen. Und mit so einem Schaber können wir jetzt einfach das Seifenwasser so rausdrücken. Wir können das nächste Mal legen. so lange und schwierige geburt aber ist natürlich jetzt auf maß ist natürlich perfekt zugeschnitten jetzt muss das ganze einfach nur trocknen dahinter und dann klebt das wirklich bombenfest und fällt auch nicht mehr ab man kann das dann immer noch abziehen das ist das praktische und man drückt jetzt hier einfach nur die blasen alle noch mal raus wo das jetzt noch nicht so hält und dann ist das gar kein problem hervorragend so normalerweise bereite ich sowas ja immer einmal vor um zu gucken wie es funktioniert heute habe ich euch einfach mal gezeigt auch bei mir braucht es manchmal ein bisschen ja erinnerung und so weiter und erfahrung einfach das noch mal richtig schön zu machen ich habe jetzt hier einfach einen grundlegenden fehler gemacht ich muss eigentlich beide seiten einfach ansprühen aber die scheibenseite aber auch das was ich abgezogen habe weil dann kann ich es wirklich hin und her schieben habe da wirklich keine blasen drin was mich ein bisschen irritiert ich habe das ja auf maß zuschneiden lassen jetzt habe ich hier ein bisschen eine ecke über keine ahnung wieso weshalb warum mal gucken ob die anderen folien auch so sind oder ob ich zu blöd war die aquariummaße wirklich richtig auszumessen sieht aber erstmal richtig klasse aus das muss natürlich jetzt noch mal umgedreht werden und ja ich werde jetzt einfach mal direkt hier weiter mit dem nächsten aquarium machen und dann wird das jetzt hier nach und nach aber ich habe gedacht in zwei stunden bin ich hier durch das wird definitiv nicht so sein bin aber auch mal gespannt wie das ganze am ende aussieht dann Musik 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 Was für eine Arbeit, es ist geschafft, alle sind foliert, wie ihr sehen könnt, die beiden hier, die fehlen noch, aus dem einfachen Grund, man kriegt die nicht zu zweiter hochgehoben, man braucht eine dritte Person, also wenn hier jemand in der Gegend von Hannover wohnt und gerne helfen möchte, zwei Aquarien da oben hochzuheben, einfach mal bei mir melden, wäre super, dann wären wir nämlich zu dritt oder einfach auch zu dritt. Und wenn ihr euch auf zwei Leute melden, dann könnt ihr euch das nämlich auch mal live anschauen, also meldet euch gerne mal bei mir. Es sieht richtig, richtig klasse aus, da könnt ihr schon so leicht erkennen, da habe ich schon eine Beleuchtung installiert und heute möchte ich natürlich auch nochmal zum Thema Beleuchtung kommen. Ich habe in meiner anderen Aquarienanlage immer mit LED-Modulen gearbeitet, die sind wirklich prima, also da sage ich überhaupt nichts gegen, hier wollte ich diesmal einfach einen LED-Streifen haben, aufgrund einfach, weil die Aquarien extremst groß sind. Ich hätte, wenn die Aquarien kleiner sind, wieder mit LED-Modulen gearbeitet und die wieder zusammengelötet und all hier so befestigt. Allerdings war es mir jetzt einfach hier viel zu mühsam, bei so einer großen oder so einer großen Grundfläche so viele LEDs aneinander zu verkleben. Das hat schon letztes Mal nicht so richtig Spaß gemacht, weil ich unter jedes Aquarium 20 LED geklebt habe. Hier wäre das fast so 50 bis 60 pro Aquarium, wäre auch dann schon kostenspielig. Jetzt einmal ein ganz großes Dank an JBL, denn die, ich gehe mal kurz raus, haben mir ein großes Paket. Fällt das? Ich stelle es mal hier hinten hin. Zweites großes Paket und ein drittes großes Paket mit ihren LEDs geschickt. Dann nochmal ein fettes Dankeschön, denn hier werden wir echt die LEDs von JBL rüberhauen. 59 Watt haben die für die 120er Aquarien. Die 150er habe ich noch gar nicht ausgepackt, die sind gerade eben das angekommen. Und die kann man bis zu 41 Zentimeter ausziehen. Sind die Natur, kann man am Ende mit einer Fernbedienung und so weiter schalten. Bedeutet, ich kann hier jedes Aquarium individuell beschalten. Was aber nochmal so richtig klasse ist, ich brauche am Ende, so sieht die Fernbedienung aus, nur eine Fernbedienung und kann damit komplett alles steuern. Bedeutet, mache ich aus, sind alle aus, erhelle ich das Licht, werden alle erhellt. Deswegen braucht man am Ende nur eine Fernbedienung. Natürlich ist überall eine Fernbedienung mit dabei. Also richtig klasse. Ich werde jetzt mal die LEDs auspacken und dann mal installieren. Und dann geht es ja auch eigentlich schon so ein bisschen an Kabelmanagement und so weiter, dass das natürlich alles ganz schick aussieht. Es ist fertig. Ich habe eigentlich auch einen Zeitraffer gemacht, wie ich diese ganzen LED-Lampen auspacke und da drüber aufbaue und verkabe. Leider habe ich eine neue Kamera und ja, ich dachte, sie läuft. Sie lief aber insgesamt ganze zwei Stunden nicht. War eine richtige Arbeit, die Dinge auszupacken. Hat auch am Ende echt keinen Spaß mehr gemacht. Aber wir haben jetzt hier eine richtig krasse Helligkeit. Und das Schöne ist, ich habe es ja schon erzählt, ich habe jetzt hier eine Fernbedienung für die Lampen. Erwähnt habe ich das, glaube ich, ja schon, dass ich die Aquaren nicht hochbekommen habe. Habe ich, genau, ich habe schon um Hilfe von euch gebeten. Dass ich jetzt hier mit dieser Fernbedienung wirklich die kompletten Blöcke, natürlich vor viel Effekt, das untere ist jetzt angeblieben, aber jetzt ist es ausgegangen, steuern kann. Bedeutet, ich kann einerseits einfach sagen, jo alle, ich kann auch das so einrichten, dass ich nur mit einem Tastendruck wirklich alle ein-, an- und ausmachen kann. Ich habe jetzt die Möglichkeit, wirklich die Beleuchtung auch runter zu regulieren bei allen Aquarien, auch gleichzeitig, sodass es auch gar nicht mehr so krass hell ist. Aber ich kann auch einfach sagen, mach mal bitte ganz hell, das ist natürlich optimal wirklich, wenn ich jetzt hier da bin, irgendwie Garnelen wirklich beobachten möchte, rausfangen möchte, gezielt, vielleicht wegen auch Selektionszucht. Aber ich kann natürlich auch die Farbtemperatur hier ganz easy ändern, ist jetzt nicht so die gute Farbstimmung. Also schon 6700 Kelvin nehmen wir jetzt hier, also relativ kalt, so, auch keiner mehr verstellt, hervorragend. Ähm, und ich denke, das wird richtig, richtig gut. Schade, dass die jetzt noch nicht dastehen, dann wird es irgendwie nochmal cooler aussehen, aber wie gesagt, ey, das ist echt der Hammer. Also die waren schon echt der Hammer, die überhaupt in die Höhe zu bekommen. Dann ist ja die Schwierigkeit, wir haben ja hier keine Platten drin, ähm, das bedeutet, die fallen ja einfach hinten durch, die müssen ja bis hier hinten hin. Und ihr seht, ich komme da gar nicht mal so hin und dann noch mit Kraft, funktioniert einfach überhaupt nicht und ist mir auch zu risikoreich, weil knallt hier eins runter, dann knallt es aufs nächste rauf, das geht kaputt, wenn dann noch peckt, knallt es weiter und dann geht es bis unten durch. Ja, sie stehen ja alle auf diesen Querstreben drauf, da ist nichts weiter, ähm, hier oben drauf und auch keine Platte. Ich habe damit relativ gute Erfahrungen gemacht, ähm, und es gibt welche, die haben die auch wirklich nur auf diesen Seitenstreben, an den Seiten drauf. Hat das jetzt immer funktioniert und, äh, werde ich jetzt mal das Risiko eingehen. Wir haben auch sehr flache Aquaren, wir haben nicht so riesenhohe Aquaren, ich würde jetzt sagen, wenn ich tatsächlich so 40, 50 Zentimeter höhere hätte, wo noch mehr das Gewicht noch höher ist, dann hätte ich wahrscheinlich eine Platte zwischengelegt, ähm, ist hier aber auch einfach nicht, ja, nötig. So, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist tatsächlich die Aquaren zu reinigen, vielleicht auch mit eurer Hilfe, die Aquaren da oben noch reinzutun, damit wir die haben, die stehen nämlich jetzt da, deswegen gucke ich mal da hin, und, äh, da dementsprechend auch noch die Beleuchtung installieren. Dann ist natürlich Kabelmanagement ein wichtiges Thema, ähm, ich möchte gerne alles auch schön versteckt haben, aber so, dass es auch wiederum erreichbar ist, ähm, das Ganze soll auch mit einer Zeitschaltuhr am Ende sein, bedeutet, ich nehme mal eine Steckdosenleiste, wo wirklich das komplette Licht draufkommt, keine Angst, passt von, von, ähm, der Wattanzahl, und, ähm, dann, ähm, ist das schön versteckt, weiß man, ich habe eine, eine Zeitschaltuhr, ähm, in der Steckdose und daran ist halt die Steckdosenleiste und da kann es an und ausgehen. Dann kommt die, muss die Filterung noch erfolgen, hier werden überall Lufthebefilter tatsächlich reinkommen, keine Bob-Schwammfilter, Lufthebe, auch sehr einfachen Grund, weil es relativ große Aquaren sind, wenig Bepflanzung drin sein soll, weil es halt gezielte Zucht am Ende werden soll, und, ähm, ja, Bodengrund bin ich noch so ein bisschen hin und her, ich habe hier leider sehr viele verschiedene farbige, ähm, Farben, ähm, des Untergrundes, beziehungsweise der, der Folien, die hier unterkleben, ich wollte auch erst was da runterkleben, weil ich mir gedacht, ey, man kann auch einfach unnötig Geld ausgeben, das wollte ich dann nicht machen, deswegen wird hier überall wahrscheinlich eine kleine Schicht Sand reinkommen, der fehlt allerdings auch noch, und dann wird hier komplett mit Osmosewasser tatsächlich gearbeitet. Bei mir drüben im Laden wird komplett mit Leitungswasser gearbeitet, hier möchte ich ganz gerne mir die Wasserwerte so machen, dass es halt dementsprechend passt, wir eine mega Vermehrungsrate haben, und dementsprechend auch eine geringere Keimdichte. Ähm, bedeutet, der nächste Schritt ist tatsächlich Aquarien einmal reinigen, wie ihr gesehen habt im Timelapse, dass ich sehr viel mit Glasreiniger oben gespült habe, das muss natürlich alles aus den Aquarien wieder raus, das muss einmal gereinigt werden, ebenso sind die einfach dreckig jetzt vom Arbeiten, die Folien aufkleben, vorne hin und her transportieren, vom Kleben selber, als die noch gemacht worden sind, sind ja eigentlich noch relativ frisch, und dann ist natürlich die wichtige Herausforderung, Wasser einzufüllen, das wird dann auch passieren, das würde ich dann auch erstmal machen, ohne dass ich die Filter überhaupt habe, die Filter habe ich heute bestellt, in der Hoffnung, dass die halt im Neujahr kommen, in der ersten Woche, damit wir damit anfangen können, dann müssen wir hier eins bis zwei große Membranpumpen installieren, ich habe drüben eine, ich weiß nicht, ob die komplett reicht, ob wir eine Druckdose bauen, die wir irgendwie da oben befestigen werden an der Decke, und dementsprechend die Schläuche verteilen, und dann ist natürlich auch noch wichtig, wenn die Aquarien alle offen sind, hat man eine mega Luftfeuchtigkeit, und darum muss ich mich natürlich dann auch noch kümmern, es werden tatsächlich am Ende aus dem Bauhaus Plastikabdeckungen, beziehungsweise keine richtigen Abdeckungen, sondern wir haben ja hier diese Querbalken zur Stabilisierung, da kann man die optimal rauflegen, ich hoffe natürlich jetzt, dass diese Maße, die ich gerade noch im Kopf habe, die ich mal gekauft habe, auch passen, ich habe es noch nicht ausprobiert, wäre natürlich super, dann kann man die wirklich so hin und her verschieben, und hat dementsprechend auch sehr, sehr wenig, ja, Luftfeuchtigkeit hier drin. Ja, wenn du noch irgendeinen Tipp hast, was man hier noch machen könnte, was ihr unbedingt auch einziehen soll, schreib es mal gerne unten in die Kommentare, ja, war extremst anstrengend, ich muss ganz ehrlich sein, dieses Video oder das Folienbekleben hat nicht einen Tag, nicht zwei, sondern insgesamt drei Tage gedauert, bis das Ganze fertig war, es kostet echt viel Kraft, diese Aquarien zu drehen, da reinzuheben und sonst was, man ist einfach kaputt nach zwei, drei, man schafft es nicht mehr, die nächsten Aquarien hochzuheben, ist unglaublich, ist einfach eine andere Größe, bei den anderen 60 Liter Aquarien war das mega einfach, nimmst du dir einen, stellst rein, nimmst du raus, ist völlig wurscht, aber bei denen, es ist echt der Horror, und wenn ich jetzt schon, weil ich weiß ja schon, was als nächstes folgt für ein Aquarium, was hier noch mit zusätzlich reinkommt, dann weiß ich, ey, da werde ich bestimmt überhaupt keinen Spaß dran haben, weil das Ganze nochmal viel, 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 viel schwerer und viel, viel, viel größer sein wird, und deswegen sei auf jeden Fall gespannt, abonniere den Kanal, damit du das auf jeden Fall nicht verpasst, und ich wünsche dir einen ganz wundervollen Rutsch ins neue Jahr, und wir sehen uns auch direkt wieder im neuen Jahr, wenn es hiermit mit der Aquarienanlage weitergeht. Mein Name ist Lukas Müller, schaust du gerne in TV, wirst du gerne in schlau. Ciao, bis dann.